Hallo ihr Lieben, das ist ein Video aus meiner beliebten Reihe Menschlicher Realismus. Ich möchte folgende steile oder vielleicht auch völlig banale These in den Raum stellen, nämlich wir Menschen sind Präsenzwesen. Und das heißt, kurz gesagt, was nicht da ist, ist über kurz oder lang für uns unwichtig. Und wir könnten oft sagen, zum Beispiel in dem Spruch, aus den Augen, aus dem Sinn, deutet sich so etwas an. Ich würde sogar weitergehen und sagen, was wir nicht anpassen und was wir nicht riechen können, also sehr viel mehr als den Sehsinn, die Haptik und die Olfaktorik betonen wollen. Zum Beispiel wissen wir über den Geruchssinn, dass der Geruchssinn nichts so zuverlässig unser Gedächtnis weckt, alte Erinnerungen weckt wie Gerüche. Und auch über das Anfassen oder Nicht-Anfassen-Können wäre viel zu sagen, wird aber wenig gesagt, weil eben für uns Menschen der Sehsinn und auch der Hörsinn derart im Vordergrund steht, dass wir oft vergessen, dass das Haptische und Olfaktorische, also Riechen-Können und Anfassen-Können vielleicht eine noch sehr viel größere Rolle für unsere Psyche spielt. Und das Entscheidende aber gerade an Riechen und Anfassen-Können sind, da spielt Nähe, Distanz eine riesige Rolle, vielleicht noch mehr, noch mehr als eben beim Hören und Sehen, die sich, wie wir gerade merken, sehr gut virtualisieren und medialisieren lassen. Das ist bei Gerüchen und bei Anfassen-Können nicht ganz so sehr der Fall, vor allem beim Anfassen-Können. Und warum sage ich das alles? Warum ist das wichtig? Also eigentlich ist es ja völlig banal, Nähe, Distanz spielt für so komische Lebewesen wie wir, es sind eine riesige Rolle, ist etwas nah an uns oder nicht. Das Problem damit ist, dass wir in einer Tradition stehen, die das immer negiert hat. Und ich nenne diese Tradition Kognitivismus. Für mich ist Kognitivismus ein Selbstbild des Menschen, das eben nicht realistisch ist, weil es völlig unterschätzt und viel zu stark ausblendet, welche Rolle Nähe, Distanz oder eben sind die Dinge da oder nicht da für uns Menschen spielt. Und wenn eben etwas nicht da ist, ist es nicht wichtig für einen so merkwürdigen Affen wie uns. Es gibt, man muss der Sauberkeit halber, also der Aufrichtigkeit halber natürlich hinzufügen, es gibt eine Art, wie man nicht präsente Dinge für uns wichtig machen kann, die besteht aber in Traumatisierungen. Die besteht im Kern in Belohnungen und Bestrafungen. Und wenn wir also hinsichtlich irgendeiner Sache drastische Belohnungen und Bestrafungen erlebt haben, die eben traumatisierend waren, dann ist es so, dass das Nähe, Distanz ein Stück weit kompensieren kann. Das kann man folgendermaßen sich klar machen. Wir Menschen reagieren auf Gefahren, die wahrscheinlich sind, also nah sind und die nicht ganz so drastische Folgen für uns haben, ähnlich wie auf Gefahren, die sehr, 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 sehr unwahrscheinlich sind, die aber sehr, 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 sehr drastische Folgen haben. Ja, wenn sie für uns durch Traumatisierungen präsent gemacht worden sind. Das heißt, wenn wir es einmal erlebt haben. Wenn wir es noch nicht erlebt haben, natürlich nicht. Und das heißt, also man kann diese Nähe, Distanz durch Traumata kompensieren. Das ist aber, wie man vielleicht ahnen kann, kein, wie soll man sagen, empfehlenswerter Weg, Menschen durch Belohnen und Bestrafen reihenweise zu traumatisieren, um Nähe, Distanz zu kompensieren, sondern was sich sehr viel mehr empfiehlt, ist, dass wir da realistischer werden. Dass wir einfach anerkennen, dass wir Präsenzwesen sind und dass Dinge, die nicht da sind, für uns unwichtig sind und auch immer unwichtig sein werden. Außer eben, wir greifen zum Mittel der Traumatisierungen. Zum Beispiel in der Erziehung wird das klassisch getan, also in jeder Form von schwarzer Pädagogik. Und ich möchte fragen, gibt es eine andere? Gibt es eine nicht schwarze Pädagogik überhaupt, die dann noch Pädagogik ist? Ja, Pädagogien, das Kind führen, ja, also nur am Rande, das nur am Rande, also ich bin ein großer Feind aller Formen von Pädagogik und Erziehung, aller, ausnahmslos aller, ich halte das für großen Mist und eben auch für eine indirekte Folge des nicht, des menschlichen Unrealismus, der letztlich im antiken Griechenland entstanden ist. Also wir sind Erben einer ganzen Tradition des menschlichen Unrealismus, der immer sozusagen den Menschen tendenziell das Animal Rationale verstanden hat als sehr, sehr kognitives Wesen und da alles sozusagen etwas Handfestere, Physischere, die Rolle von Nähe, die Rolle von Anfassen können, die Rolle von Riechen können, sozusagen unterschätzt hat. Und das gilt natürlich im Guten wie im Schlechten. Ja, also wenn ich sage, Dinge oder auch Menschen sind wichtig für uns, wenn sie da sind, dann gilt das im Guten wie im Schlechten. Wenn natürlich etwas da ist und permanenten Stress bei uns erzeugt, dann ist es auch wichtig, aber im Schlechten. Und es gibt eben andere Studien, die sagen, wir können gar nicht verhindern, dass Menschen, denen wir regelmäßig begegnen, also die uns regelmäßig nah sind, mit denen wir keine Stresserfahrungen machen, dass die uns nach und nach sympathisch werden. Das können wir nicht verhindern. Auch wenn diese Menschen sehr anders sind als wir selber, ist das pure, regelmäßige in einem Raum sein, ohne Stress, das ist die Voraussetzung, löst einen Mechanismus aus, also man könnte sagen, den Mechanismus der Wiedererkennung oder des Vertrauten, des Miteinandervertrautwerdens, der Sympathie auslöst. Wir mögen dann diese Menschen, wir helfen diesen Menschen auch eher, einfach weil sie uns vertraut sind, weil wir sie regelmäßig sehen oder in anderen Worten, weil sie regelmäßig präsent sind und weil sie nah sind. Setzt eben voraus, dass diese Menschen uns nicht permanent stressen. Ja, das ist durchaus eine Voraussetzung, die gar nicht so leicht erfüllt sind, weil Menschen stressen uns sehr häufig auf verschiedenste Weise. Aber wenn das gegeben ist, einfach begegnen Menschen regelmäßig wieder. Die Menschen sind auch nur mitteldurchschnittlich freundlich, aber sie sind da, dann werden diese Menschen sympathisch für uns. Und das ist ein Mechanismus, der ist in unserer Psyche angelegt und der ist so tief, dass er sich vollzieht auch an unserem Bewusstsein vorbei. Also auch bei Menschen, die sagen würden, nee, nee, das ist bei mir nicht so, da passiert das trotzdem. Es passiert eben am Bewusstsein vorbei. Und das sind also Faktoren, die einfach wenig berücksichtigt werden in unserer Gesellschaft beziehungsweise, wenn wir mal näher hinschauen, wie sind unsere Institutionen gebaut, wie ist unser Denken über den Menschen, dann herrscht aus meiner Sicht allüberall menschlicher Irrealismus oder Unrealismus. Es herrscht ein Bild von uns, wir haben ein Bild von uns, dass diese Tatsache, dass wir Menschen Präsenzwesen sind und dass für uns nur die Dinge wichtig sind, die wirklich da sind, einfach ausblendet. Das heißt, die ganze Zeit denken wir über Menschen so und behandeln Menschen so, als könnte für Menschen auch wichtig sein, was nicht da ist. Und das ist eben eine völlig überzogene Erwartung, die sehr viel Frustration auslöst, sehr viel Verzweiflung an der Menschheit, sehr viel Zynismus, auch sehr viele Demütigungen aus einer völlig irrealen Erwartung, die immer irreal war, die aber aus unserer kognitivistischen europäischen Tradition kommt, die den Menschen vor allem als Animalrationale begreifen möchte, ohne dass sozusagen die Anthropologie das hergibt, ohne dass der Mensch das hergibt. Wir sind Präsenzwesen. Das sind wir aus gutem Grund und das war auch lange, lange, lange kein Problem. Heute ist es halt ein Riesenproblem. Es ist aber nicht veränderbar. Auch wenn wir uns wünschen, keine Präsenzwesen zu sein, sind wir trotzdem welche. Das heißt, Nähe, Distanz, Präsenz, Nichtpräsenz, was ist da, was ist nicht da, hat die drastischsten Folgen für unser Verhalten, was überhaupt irgendwas haben kann. Und das lässt sich durch zahlreiche Studien belegen, die wir aber in ihren Konsequenzen, also was heißt das denn dann, für die Ethik, einfach ausblenden. Und am drastischsten wird es für mich immer wieder in der Politik, denn in der Politik sind derzeit, so wie wir sie organisiert haben, ganz viele Menschen nicht da. Und dass das, wenn man ein realistisches Menschenbild hat und sich darüber klar ist, dass Dasein, Nichtdasein, Präsenz, Nichtpräsenz eine drastische Folge für unser Verhalten hat, dann ist das ein Riesenproblem, dass ganz viele Menschen in der Politik, im politischen Geschehen, in politischen Beratungen, bei politischen Entscheidungsfindungen nicht da sind. Und zwar in statistisch relevanter Zahl. Man bedenke nur an die Nahezu Nichtpräsenz von Menschen mit Mittelschulabschluss oder früher Hauptschulabschluss. Oder die Nahezu Nichtpräsenz von Menschen ohne Schulabschluss. Und die klassische Unterrepräsentiertheit von Frauen in der Politik oder von anderen Gruppen. Das ist statistisch gut belegt und das ist ein stabiles Phänomen. Und von dem her müssen wir uns über gar nichts wundern. Wenn du nicht da bist, dann bist du unwichtig. Und wir haben eine Politik, die auf das Nichtdasein von ganz vielen Menschen setzt und denkt, wir können das kognitiv kompensieren. Wir können also durch Denken, durch Vorstellen kompensieren, dass ganz viele Menschen nicht da sind in der Politik. Und das ist eben menschlich irreal. Das ist menschlich unrealistisch, weil wir Menschen Präsenzwesen sind. Und wir tun so, als wäre das kein Problem. Es ist aber ein Riesenproblem. Alle müssen in die Politik, weil nur wichtig ist, wer auch in der Politik ist, wer da ist, wer anwesend ist. Und das ist für mich kein Vorwurf an die, die derzeit da sind. Also die klassische Überrepräsentierung von, was weiß ich, Akademikern bis spezifisch zum Beispiel auch von Juristen, Beamten, von generell auch Leuten, die also eher gut betucht sind in der Politik. Ja, das ist kein Vorwurf für mich an diese Adresse. Ein Vorwurf könnte es nur sein, sozusagen, wenn man eben menschlicher Irrealist ist. Und wenn wir menschliche Realisten sein wollen, dann müssen wir einfach anerkennen, ja, okay, wenn du Politik so organisierst, wie wir sie organisiert haben, und das setzt also, stellt sicher, dass ganz überwiegend Akademiker in der Politik sind, dass ganz überwiegend Menschen mit einem relativ guten Einkommen oder sehr guten Einkommen in der Politik sind, das ist die logische Folge von dem, wie wir Politik organisiert haben, dann ist das halt so. Das ist kein ethischer oder moralischer Vorwurf. Das ist nicht in entlarvender Absicht von mir gedacht, sondern es ist einfach eine Anerkennung einer systemischen Tatsache. Wir haben die Politik so organisiert, dass ganz bestimmte Menschen ganz viel da sind und andere Menschen ganz wenig da sind. Und wenn wir jetzt noch menschlichen Realismus hinzutun, also die Anerkennung der Tatsache, dass wir Menschen Präsenzwesen sind und dass für uns nur wichtig ist, wer da ist und unwichtig wird, wer nicht da ist, dann sind wir genau da, wo wir heute sind, gemeinsam als Gesellschaft. Wir sind einer Gesellschaft zusammen, die so nicht gut funktionieren kann. Wir brauchen eine Politik, die, so wie das die Interdemokratie in der Antike mal war, auf die Präsenz der Bürgerinnen setzt und nicht auf Repräsentanz. Bürgerinnen als Bürgerinnen können nicht repräsentiert werden. Das ist ein Grundirrtum und eine ganz drastische anthropologische oder institutionelle Fehlannahme der Neuzeit, dass Repräsentanz funktionieren könnte. Und genau diese Annahme ist menschlich irreal. Es fußt auf einem irrealen Menschenbild, das aus der Tiefe unserer kognitivistischen Tradition kommt, also aus einer philosophischen Tradition, die auf Platon und Aristoteles zurückgeht, die mittlerweile längst von unserer modernen Psychologie falsifiziert ist, wo wir es einfach besser wissen, aber unsere Institutionen nicht umgebaut haben als Antwort auf unser Mehrwissen über uns selber. Also längst ist dieses Wissen verfügbar durch viele Studien abgesichert, aber wir ziehen keine institutionellen verfassungsmäßigen Konsequenzen aus diesem Wissen, das wir über uns selber haben, das wir über den Menschen haben, was wir über uns wissen, wie wir funktionieren. Wir funktionieren einfach sehr, sehr anders, als das ganz bestimmte Leute vor 2400 Jahren mal gedacht haben. Unsere Institutionen spiegeln aber sehr viel mehr dieses falsche Denken über den Menschen vor 2400 Jahren wider, als das, was wir heute über uns wissen. Also man könnte sagen, unsere heutigen Institutionen, unsere heutigen Verfassungen, das gilt überall auf der Welt, sind psychologisch unrealistisch. Und das sind sie immer gewesen. Auch bevor wir das rausgefunden haben, waren sie unrealistisch. Nur heute wissen wir warum. Heute wissen wir, warum es so schlecht funktioniert. Und eine gute Politik, eine gute Verfassung lässt sich nur aufbauen auf menschlichen Realismus, wenn wir anerkennen, wie wir Menschen psychologisch funktionieren und nicht uns leiten lassen von fernen Bildern, von Bildern über uns selbst, die wir letztlich durch Traumatisierungen stabilisieren. Aber da kann ich mich auch fragen, wieso konnten diese Bilder so große Macht gewinnen über uns, wenn sie doch irreal sind? Die Antwort ist genau die, durch Traumatisierungen. Wir impfen uns das ein durch Traumatisierungen, indem wir uns also ganz bestimmte Erziehungsformen wählen und hernach sind bestimmte Bilder im Kopf ganz, ganz wichtig für uns. Na, das ist krank. Das ist ein krankes System, das ist eine kranke Gesellschaft. Eine gute Gesellschaft baut darauf aus, dass sie anerkennt, dass für Menschen immer nur wichtig sein wird, was da ist. Und was nicht da ist, wird immer unwichtig sein, außer eben, wir greifen zu Traumatisierungen. Und das ist aus zahlreichen Gründen, man könnte sagen, aus zahlreichen Folgen und Nebenfolgen und Folgefolgen, die Traumatisierungen halt so haben, nicht empfehlenswert. Also wer eine gute Gesellschaft will, muss eine Gesellschaft auf Präsenz aufbauen, weil wir Menschen Präsenzwesen sind. So meine steile These. Ich weiß nicht, was man ihnen entgegenhalten kann. Mir fällt mittlerweile kaum mehr was ein, was man dem entgegensetzen könnte, weil für mich das alles so wahnsinnig klar ist. Aber das scheint es nicht für alle zu sein. Und ja, was soll ich da noch sagen? Durch Worte kann man niemanden überzeugen. Das ist ja auch schon länger bekannt. So, zählt darum, Zensio, Isonomie am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss, genau aus diesem Grund, aus menschlichem Realismus heraus.